Helmut Berding ist ein deutscher Historiker. Helmut Berding absolvierte von 1945 bis 1957 eine Berufsausbildung und Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter in Quakenbrück, Münster und Hannover. Es folgten Auslandsaufenthalte in Schweden, der Schweiz und Frankreich. Anschließend holte er beim Braunschweig-Kolleg das Abitur nach. Von 1959 bis 1961 studierte er die Fächergeschichte. Philosophie und Romanistik an der Georg-August-Universität Göttingen und von 1961 bis 1967 Geschichte. Philosophie und Pädagogik an der Universität zu Köln. 1967 promovierte Berding in Köln über die Geschichtsauffassung und politische Theorie bei Georges Sorel. Bei Theodor Schieder war er von 1967 bis 1970 wissenschaftlicher Mitarbeiter. 1972 erfolgte seine Habilitation in Köln mit einem Thema über die napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen in den Jahren 1807 bis 1813. Berding lehrte von 1972 bis zu seiner Emeritierung 1998 als Professor für neuere Geschichte an der Justus-Libbig-Universität. Gießen Von 1972 bis 2011 gab er zusammen mit Hans-Ulrich Wähler die Reihe »Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft« heraus. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, der Rationalismus, der Mythos, Deutschland und Frankreich während der französischen Revolution, Napoleon und das Zeitalter der Reformen, der moderne Antisemitismus sowie die Entstehung und Geschichte des Bundeslandes Hessen, Schriften, Monografien mit Hans-Werner Hahn, Reformen, Restauration und Revolution, 1806-1848, 49. Zehntel, völlig neu bearbeitete Auflage, Klettkotter, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-608-600148, Moderner Antisemitismus in Deutschland, Surkamp, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3-518-11257-0, Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen, 1807-1813, Vandenhöck und M. Probrecht, Göttingen 1973, ISBN 3-525-359586, Digitalizei, Rationalismus und Mythos, Geschichtsauffassung und politische Theorie bei Georges Sorel, Oldenburg, München unter anderem 1969, Herausgeberschaften mit Klaus Eiler, Hessen 60 Jahre Demokratie, Beiträge zum Landesjubiläum, in Memoriam Wolf-Arnuck Hopart, Historische Kommission für Nassau, Wiesbaden 2006, ISBN 3-9302-2117-9 mit Klaus Heller und Wilfried Spaltkamp, Krieg und Erinnerung, Fallstudien zum 19. und 20. Jahrhundert, Vandenhöck und M. Probrecht, Göttingen 2000, ISBN 3-525-354231, Digitalizei, mit Diethem Klippel und Günther Lottes Kriminalität und abweichendes Verhalten, Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert, Vandenhöck und Ruprecht, Göttingen 1999, ISBN 3-525-01381-7, Digitalizei, Nationales Bewusstsein und Kollektive Identität, Surkamp, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-28754-0 mit Etienne François und Hans-Peter Ullmann, Deutschland und Frankreich im Zeitalter der Französischen Revolution, Surkamp, Frankfurt am Main 1989, ISBN 3-518-1152-1-9